Ja, Frult, aber erstmal muss ich die blauen und kleinen Vögel und Adler und Schwäne alle finden. Und darauf habe ich keinen Bock. Wie gesagt, bin ich auf Urgestein angewiesen. Nein. Wann kommt Navia? In einem Monat. Naja, nicht mehr ganz einen Monat, aber es ist noch. Bis dahin habe ich 180. Auch ohne dieses Juvent. Ja, vielleicht nicht ganz, aber nah dran. Ich habe gestern sozusagen die ganze Zeit gesucht nach blauen Krabben, Vögeln, was weiß ich was, nichts gefunden. Genau zur Folge, habe keinen Bock im Internet nachzugucken. Jetzt muss ich natürlich was anderes suchen, aber wie gesagt. Etwas, was immer nur täglich sich ändert und so, darauf habe ich keinen Bock. Vor allem verstehe ich nicht, warum das Ganze synchronisiert wird. Für so einen Müll. Andere Events werden doch auch nicht synchronisiert. Das ist gut. Okay. Um, um, um. Ja, ist so weit. Oh, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich hoffe, Navia schildet auch und ist trotzdem stark. Dann würde sie nämlich perfekt in mein Team, was ich vorhabe, reinpassen. Warte mal, da ist noch eins. Ach, das ist das Unterirdische, wo ich nicht rankam. Aber vielleicht hast du eine Lösung, Freud. Weißt du, wie ich da reinkomme? Ich finde nichts, um das zu aktivieren. Oder ist das an einer Nebenmission gekoppelt? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Da ist nur Schatz drin. Schätze. Ich brauche sie. Aber ich weiß nicht, wo ich... Ich kann das Ding nicht aktivieren. Ich finde auch nicht irgendwie... Ich sehe auch keine Kamera. Das ist hier. Und dort ist ein Hydroculus. Ich habe ja schon wieder 160 von denen. Ich muss sie mal schnell ausgeben. Dann kam es auch nicht weiter. Der Ort hat ja auch keinen Namen, deswegen kann ich nicht googeln. Da müsste ich einen Guide zu allen Hydro-Kolussen mir anschauen. Oder ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, da was zu finden. Aber man muss sich die andere interaktive Map mir wieder anschauen. Ich habe doch noch eine andere interaktive Map. Das ist ein Ding. Ja, das war's. 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 Das war's für heute. Oh, du bist frei. Ich finde es gut, dass man beim Erkunden jetzt einfach verschiedene Nebenmissionen hat und nicht eine ganz lange Questreihe. Hat der uns verarscht? Ja, der hat uns verarscht. Simon, du bist frei. Du kannst mich übrigens hier rausholen. Da, du bist frei. Der ist frei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so wie so aktiviert hier da hinten ist kommen wir aber noch nicht rein so Bis zum nächsten Mal. Oh! Ah, Zahnarach. Dahinter nicht, ja. Das war's noch nicht. Was ist denn? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ah, nein. 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 Ah, nein.